Was machen eigentlich die Brigitte und der Herbert? Na, die Schwertfegers. Das sind die, die sich immer in den Haaren haben. Oh, was ich lieb, das neckt sich. Also, wo sie jetzt gerade waren, was sie erlebt haben, das erzählen sie uns jetzt. Hier sind sie, die Schwertfegers. Narben, 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 Narben. Narben, Narben! Narben, Narben! Narben, Narben! Ja, Narben, da sind wir. Wir sind das eh ein paar Schwertfische aus Frankfurt. Das mein Mann, der Herbert, und ich bin die Brigitte. Ich bin der Herbert und das ist die Brigitte. Ich bin die Brigitte. Ja, ich weiß es. Also, wir waren ja gerade ganz groß im Urlaub. Ja, ach du, von welchen Urlaub? Ich habe gerade heute Vormittag eine Bekannte getroffen und die hat mir erzählt, dass die vor zwei Jahren einmal getrennt Urlaub gemacht haben. Und sie sagt, es hätte ihr sehr gut gefallen. Und ihr Mann, wie hat es denen gefallen? Ja, des weiß ich nicht, der ist noch nicht zurück. Ja. Also, ich habe zum Herbert gesagt, ich will an drei Stellen geküsst werden. In Miami, auf Hawaii und in Rio. Und jetzt stelle sich vor, wir waren in Rio, Janeiro. Ja, da war es am billigsten, weil wegen dem Zicken-Virus da kann es mehr hin. Die sind ja froh, wenn überhaupt noch eins kommt. Wir hatten ein super Hotel direkt an der Copacapanna. Super laut war es, weil die die ganze Nacht Samba spielen. Da machen sie Karach zu. Ich mache es ihnen mal vor hier. Ich mache es ihnen mal vor hier. Laude Brasiliane, sag mal, hast du dir ein Floh zugezogen oder was? Herbert, war nicht die Musiker, muss ich aufspringen. Also direkt vor unserem Hotel standen rote Porsche-Katheterer. Aber nicht lang. Dann war ich geklaut. Ja, manchmal kommt halt was fort, gell. Deswegen soll man auch keinen Schmuckausweis oder Bargeld rumschleppen. Das Netze ist für die Brigitte kein Problem. Ach, ich hätte ja gern auch meine Bestfreundin mitgenommen, die Frau Sieb. Ja, aber sie hat leider kein Geld gehabt. Wissen Sie, die ist ja Single. Die hätte sich da mal nach einem feurischen Brasilianer umgucken können. Da gibt es ja Männer, da träumen sie davon, sag ich Ihnen. Da hätte ich aber lang suchen müssen. Ich meine, wer will dann so, mit so einem dicken Poppes? Also, Herbert, die hat doch keinen dicken Poppes. Außerdem gibt es sehr viele Männer, die grott dicken Poppes sehr schön finden. Das kannst du hier heute Abend ja auch wieder sehen. Das stimmt. Ja. Ist doch so, oder? Ist doch so, ne? Und in Brasilien, gell. Da ist eine Frau beim dicken Poppes das allergrößte. Die muss sich um nix mehr kümmern tun. Ja, in Brasilien. Da stimmt ja auch dann der Rest. Vor allen Dingen sind die da viel. Heißblütische. Ja, so wie ich, gell. Ich musste mir dann auch erst einmal neue Bikinis kaufen. Das war teuer. Oh, viel Geld für wenig Stoff. Am nächsten Tag hat sie den Bikini im Schrank gesucht. Da habe ich gesagt, Brigitte, den hat wahrscheinlich eine Motte gefressen. Und ist nicht satt geworden. Spitzi. Oben so zwei Briefmarken. Und unten so eine Schnur, das ist den Poppes. So ein Hämorrhidenhobel. Das hat sich halt alles verändert, gell. Früher, da mussten wir die Bikinihoes beiseite schieben, um die Poppes zu sehen. Heute mussten wir die Poppes beiseite schieben, um die Bikinihoes zu sehen. Ja, ich hätte ja meiner Freundin gern auch so Bikini mitgebracht, gell. Aber leider hatte ich kein Geld mehr. Das wäre dann wahrscheinlich ein katholisches Bikini. Wieso dann des? Oben möchtest du ein Haarkauf? Vorne fallen zwar auf die Knie. Sehr witzig, aber sehr witzig. Gleich am allerersten Urlaubstag war ich allein Schoppe. Aber dann habe ich mich doch tatsächlich verlarven und bin in so arme Favela da gerade. Dann wollte die Geld von mir. Aber ich hat ja alles ausgegabbert, da musste ich den Herbert anrufen. Ich das ganze Geld zusammengekratzt und ab in die Favela. Schon unne am Eingang stand ein Pulp von Männern und hat mir Geld geboten, wenn ich sie wieder mitnehme. Der Mann ist ja schon das Blut aus dem Wort ausgelaufen. So hat die auf den Eing schwätzt. Ah, der muss doch schwätzen mit den Brasilianern. Da kommt man ins Gespräch. Leider spreche sie kein Hochdeutsch und nur bisschen Englisch. Beide Sprachen, die du nicht beherrschst. Also Herbert, ich habe ein Wochenend auf Frischungskurs in Englisch gemacht. Da kann ich doch nichts dafür, wenn die mich nicht verstehe. Gleich am 1. Morgen hat sie sich über das Frühstück beschwert. Uff, Englisch? Ja, da habe ich zu dem Hoteldirekter gesagt, Your breakfast is not the yellow of the egg. Da hat er gesagt, I think you are on the wood way. Breakfast is very well. Na, da habe ich den aber angebrüllt. You have no idea from toothing and blowing. Now goes me the head high. You have not all cups in the cupboard. I make this not nervous. Ich muss so lachen. Ich habe gesagt, Brigitte, I have pipi in the eyes. I break together. Your English is under all pick. Also, das ist ein Problem. Also Herbert, give not so on. You are going me off the alarm clock. Wissen Sie, grad gestern waren wir beim Italiener. Und ausgerechnet am Nebeldisch sitzt ein Mann einsam und allein vor seinem Essen. Und mit dem habe ich dann nämlich auch Englisch gesprochen. Ich habe sofort gesehen, dass das ein Englisch ist. Ich habe gesagt, come to us, we have a big table. And I have gelesen, allein eating is net gut für Mare. Was? Gottes Willen, wo hast du denn das gelesen? Ach, in der Brigitte? Weil mir schlingt das Essen viel hastischer in sich rein, weil mir keinen zum Sprechen hatten. Das bekommt am net. Das ist vielleicht bei dir so. Aber du kannst doch nicht immer von dir auf die Menschheit schließen. Dass jeder beim Essen babbeln will. Deswegen ist doch die Brigitte beim Italiener prinzipiell nur Rigatoni. Sodass sie selbst beim Essen durch das Röhrsche weiterschwitzen kann. Und der Mann da, der war doch völlig geschockt von dem Fehler, geschwätzt von der Brigitte. Ach, einer muss doch schwätzen, sonst rett ja keiner. Und der Mann, der war sehr froh, dass er bei uns sitze dort. Oh, der wollte doch nichts mehr fahrt. Hier die Brigitte, die saß dem ja schon fast auf dem Schoß und hat ihn gefütet. Ja, und? Das war übrigens ein Rechtsanwalt. Den hab ich dann gleich mal gefragt, ob er auch so Beratungen macht. Weil, wissen Sie, ich hab ja Nahrungsstudio, Nahrungsstübchen Bigi heißt. Und da hab ich also mal so bisschen Probleme mit so Querulande. Querulande sind die Kunden, denen die Brigitte der halbe Finger absäbelt. Da hat er gesagt, natürlich mach ich auch Beratungen, ne. Dann hab ich ihn gefragt, was des kost. Und ich sag, das ist ganz einfach. Drei Frage, tausend Euro. Dann hab ich gesagt, boah, na des aber teuer, gell. Dann hat er gesagt, ja, des stimmt. Das war die dritte Frage. Diese Rechtsanwälte sind so cool. Die gehen ja zum Aufwärmen in den Kühlschrank. Aber sie verdiene viel Geld, ne. Ich hab Herbert jetzt auch gesagt, er soll noch ein bisschen was dazu verdienen. Weil ich will jetzt zweimal im Jahrisch Urlaub machen. Und da reicht das Geld hin und fahren nicht, ne. Wann soll ich dann noch was verdienen? Vielleicht morgens um fünf noch die Zeitung austragen. Oder nachts da als Nachtbord jedem Stunde Hotel schaffen. Ich hat dir doch einen super Vorschlag gemacht, Herbert. Ich hab ihn nämlich angemeldet beim Fassenachts-Casting. Ja, ich hab nämlich gehört, dass man bei der Fassenacht viel Geld verdienen kann. Und ich mein, den muss ich doch gar nicht verkleiden. Der kann doch so gehen. Als Herbert Schwertfischer, das ist doch zum Totlache genug. Und da musst ich dann hin und die Witze von der Brigitte erzählen, die sie mir aufgeschrieben hat. Was macht zehn Pimmel im Bus? Er spritzt du er. Er spritzt du er. Er spritzt du er. Und dann sagt man das. Ja, dann. Was ist weiß und hübbt von Ast zu Ast? Ein Offenbacher Doktor bei der Zeckenimpfung. Was finden Sie beim Kannibale in de Dusch? Hätt et Schaule des. Das sind doch super Witze. Und die Witze, die muss ich dann da erzählen. Dann hat der Mann vom Casting gesagt, Herr Schwertfeger, die sind ja uralt. Die hatte ich ja schon vor 50 Jahren in de Bütte. Das ist nix. Sind sie musikalisch? Wieso? Da singen sie ein Liedchen, das kimmt immer gut an. Da hab ich gesagt, und Sie, sind Sie gelenkisch? Da hab ich gesagt, ja, wieso? Dann hab ich gesagt, wissen Sie was, da können Sie mir mal de Buckel runterrutschen. Genau so ist der Herbert. Wo der hinkommt, macht er sich unbeliebt. Die habe den natürlich net genommen, gell. Aber wissen Sie was, jetzt mach ich des, ne? Ich zieh mir Kotzröckchen an, da geh ich von einer Fassenachtssitzung zu anderen, erzähl mal Witze. Das sind doch so Liedchen von der Helene Angle, da, ne? So, Herbert los, dascht die Nacht, lalalalalala. Ich sag Ihnen, das kommt super an. Meine Freundin, die Frau Sieb, die schminkt mich und die fährt mich. Ich verdiene inzwischen mehr als in meinem Nagelstübchen. Ja, was aber auch keine Kunst ist, ne? Und die Frau Sieb hier. Ja, neulich, hab ich sie getroffen bei uns im Trepphaus, wollte sie grad die Brigitte abholen, ne? Ich kam grad vom Einkauf, ne? Und die Frau Sieb gleich wieder ihr Nasen in meine Tutte gesteckt, ne? Hat sie gesagt, ach, Herr Schwertfinger, gell? Sie haben Klobappier gekauft. Hab ich gesagt, nein, Frau Sieb, ich bin umweltbewusst. Ich hab's grad aus der Rheinischung geholt. Du, Herbert, die Frau Sieb, die hat mir grade WhatsApp geschickt. Ich muss fort, die warte nämlich von bei den Garderobe-Mädchen. Ich hab noch eine Veranstaltung. Ja, ich muss noch auf die nächste Sitzung. Also, mach es ist gut. Der Herbert möchte sich noch ein bisschen unter das Volk gehen. Mach es ist gut, tschüss. Ja, ja, ich komm, ja. Frau Schwertfinger, Herr Schwertfinger, bitte noch nicht gehen. Bitte noch mal zu uns kommen. Noch Tschüss sagen. Genau. Meine Damen und Herren, die Brigitte ist Gabriele Meier. Und der Herbert ist Jörg Zick. Und zusammen sind sie die Schwertfingers. Ein dreifach donnerndes. Brigitte, hello. Herbert, hello. Die Schwertfingers, hello. Bleibt, wie ihr seid, kommt gerne wieder, euer Ausmahl. Danke. 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 Danke.